Aber was machst du jetzt für dich zum Beispiel? Gibt es irgendwelche Rituale, wo du sagst, hey, muss ich jetzt mitmachen? Sport? Schon ein bisschen sagen, dass das auch ein Prozess ist. Ich glaube, das ändert sich im Laufe des Lebens auch. Also als ich mit der Musik beschäftigt war, hat es für mich Tag und Nacht gar nicht gegeben. Also ich habe irgendwie geschlafen von zwei Uhr nachmittags bis acht Uhr abends und dann habe ich mit der Musik angefangen und dann wieder um vier Uhr schlafen gegangen oder ähnliches. Also da hat es für zwei Jahre wirklich einen kompletten Shutdown von Tag und Nacht gegeben. Ich bin da komplett aus dem Rhythmus rausgekommen. Jetzt habe ich mittlerweile Familie, eine kleine Tochter und da kannst du sowas nicht mehr machen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen Struktur reinbringen. Ich schlafe jetzt auch grundsätzlich ein bisschen mehr. Heißt, ich gehe früher ins Bett, stehe auch ein bisschen später auf. Ich schaue wirklich zu, dass ich acht, neun Stunden Schlaf bekomme. Wenn ich das nicht schaffe, hole ich das tagsüber nach, aber es sieht schon so aus, dass ich, obwohl ich gerne strukturiert bin, nicht immer dieser Struktur folgen kann. Aber dann habe ich natürlich schon auch das Vertrauen, dass ich sagen kann, hey, letztendlich bin ich von niemandem abhängig. Ich bin selbstständig, bin Unternehmer. Ich kann jetzt schlafen gehen, wann ich will und ich kann tun, was ich will und dann komme ich wieder in meine natürliche Struktur rein. Was Morgenrituale angeht. Also ich meditiere jetzt nicht in dem Sinne, was ich mache. Ich lese gerne. Denke auch darüber nach, was ich da lese. Ich schaue auch wirklich zu, dass ich da wirklich ziemlich beruhigt bin in der Situation, wo ich lese, damit ich wirklich das Maximum aufsaugen kann. Überlege dann wirklich, wie ich das einbauen kann in meinem Business und gehe so die Schritte wirklich durch. Also ich visioniere richtig in der Früh, sodass ich, also es gibt mir für den Tag ziemlich viel Power, weil auch wenn es irgendwie ein Kundenproblem hat oder irgendwas Schreckliches passiert, kann ich trotzdem ziemlich beruhigt bleiben, weil ich weiß, okay, da gibt es, das wird sich regeln und wenn man der Sache auch beruhigt, also ruhig angeht, dann löst sich das Problem meist auch schneller, wie wenn man da hektisch ist. Ja, ja, super. Außer es ist schon Tage wie heute, wo ich dein Plan auf einmal durcheinander bringe, weil wir Termine verschieben müssen und so weiter, na, Spaß. Aber ich halte nochmal ein Coaching dazwischen geschalten. Also okay, okay, ja, cool. Was man fragen wollte, du hast es gerade auch gerade angeschnitten, man hört ja auch sehr oft von anderen Marketer und Unternehmern, die sagen, hey, wow, cool, ja, lesen, ja, ich lese ein Buch am Tag. Und ich habe jetzt echt darüber nachgedacht, ich habe eine Phase gehabt, wo ich extrem viel gelesen habe und heuer eigentlich extrem wenig. Vor allem, ich glaube, heuer kein einziges Businessbuch, Anfang des Jahres habe ich die ganzen Biografien gelesen von Steve Jobs und so und jetzt eigentlich fast nichts mehr. Und ich suche jetzt auch eher Bücher, halt eher so mental, persönliche Entwicklung, wo ich sage, ich will mich da eigentlich festigen. Wie viel liest du? Weil ich frage mich immer, wenn jemand ein Buch am Tag liest, was setzt denn der um? Deswegen finde ich meinen Ansatz eigentlich super, dass man sagt, hey, ich lese was und egal, ob es jetzt ein Marketing-Tipps oder ein Deal zum Beispiel. Das Buch habe ich seit zwei Jahren zu Hause, ich glaube, ich habe einmal reingeschaut und nie wirklich weitergelesen. Also das heißt, du liest wirklich etwas und dann schaust du, dass du es im Prozess irgendwie implementierst. Und wie viel liest du so? Also sagst du, ein Buch im Monat reicht oder gibt es irgendwie? Nee, also ich habe jetzt, das ist interessant, weil ich gerade kürzlich meinen Rhythmus gewechselt habe. Ich habe jetzt so die letzten paar Wochen jeweils ein Buch pro Woche gelesen, habe aber gemerkt, dass ich doch, dass das doch ein bisschen zu schnell ist. Das kommt so auf die circa 50 bis 70 Seiten pro Tag zu, ja, circa so viel muss man lesen, geht halt dann in ein bis zwei Stunden. Jetzt habe ich einen neuen Rhythmus versucht. Jetzt habe ich gesagt, ich lese kein Buch pro Woche, weil das kannst du nicht mit jedem Buch machen. Ich lese 25 Seiten am Tag. Und 25 Seiten und da nehme ich mir auch ruhig eine Stunde dafür, auch wenn ich langsam lese. Aber ich mache mir zu jedem wichtigen Satz Notizen. Ich nutze auch gerne Evernote dafür, damit ich Zusammenhänge zusammenstelle, habe auch hier ein 3-Meter-Whiteboard, wo ich alles gleich mal verbinde. Ich mache dann Screenshots, setze es in Evernote, damit das nicht vergessen wird. Aber ich gehe dann wirklich jeden Satz bewusst an. Das heißt, die 50 bis 70 Seiten, die waren mir einfach zu viel, weil ich mich noch nicht auf jeden kleinen Punkt konzentrieren konnte. Und das ist eben nicht zielführend, weil letztendlich liest man ja ein Buch, damit man Ideen hat, die man dann später umsetzt. Super, ja, super. Ja, finde ich echt cool, ja. Und vor allem, das sind deine Malte, also kann man sich echt wirklich eine Scheibe abschneiden, finde ich echt originell, ja. Und du hast eh auch etwas Interessantes gesagt. Es ist ja auch oft so, war ja bei dir so, bei uns so, bei jedem so. Wenn man mit dem Ganzen anfängt, mit dem ganzen Online-Marketing, das ist ja eine Never-Ending-Story. Also das Blöde ist einmal, dass wir uns, glaube ich, alle einigen, wenn du einmal anfängst, kannst du nicht sagen, so, ich mache es jetzt einmal und in den nächsten zwei Jahren werde ich mich überhaupt nicht mehr weiterbilden. Du bist draußen, also es geht nicht, weil es ändert sich alles so schnell. Du musst permanent dranbleiben und gerade bei dir, du hast ja Facebook-Kurse, vielleicht nachher kannst du auch da was erzählen, auch einen neuen Kurs hast du jetzt. Ist natürlich auch immer blöd, weil du machst was und Facebook ändert was, also kannst du den ganzen Kurs wieder neu machen. Und genau, was ich sagen wollte, so, und du hast, das finde ich eigentlich eine super Idee, dass du sagst, 25 Seiten am Tag lese, weil, wenn ihr sein Buch 300 Seiten habt, ja, dann habe ich in 10 Tagen das Buch durchgelesen, super. Weil ansonsten, wenn man sich immer, gerade die dicken Bücher, wenn du das irgendwie vor dir hast, denkst du, scheiße, wann lese ich das durch? Genauso ist es im Business. Wenn du jetzt denkst, scheiße, ich brauche E-Mail-Marketing, Landingpage, ich brauche Videos, ich muss mich Instagram befassen, Twitter, Facebook, Snapchat. Denkst du so, wow, wo soll ich anfangen? Aber, wenn du es unterteilst und sagst, so, das ist die Reise, da gehe ich hin, aber ich mache jeden Tag eine halbe Stunde meinem Business. Jeden Tag eine halbe Stunde konsequent, dann blickst du zurück und nach einem halben Jahr denkst du, wow, geil, was ich eigentlich geschaffen habe. Und ich glaube, das wäre auch der richtige Ansatz für alle, die jetzt anfangen wollen, weil ansonsten, ich kenne es von sehr, sehr vielen Leuten. Ich kenne Leute, die wahrscheinlich mehr Wissen haben als ich, ja, aber die setzen nichts um, weil die sagen immer, ah, ich habe die Idee, die Idee und das will ich machen und das will ich machen. Das ist immer so much, dass sie nie umsetzen, ja. Ja, ja, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ein bisschen ähnlich bin, aber wir haben Gott sei Dank laufende Projekte, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch für solche Spielereien, ja. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen fokussiert, Wahnsinn, wenn man sich auf eine einzige Sache fokussiert, was da auf einmal für Energie drin ist, was da weitergeht, ja. Und ich weiß nicht, ob du bei den Kursen, die du jetzt machst, gehst du es wirklich auch so an, sagst du, ich nehme mir jetzt einen Block eine Woche und mache da alles fertig oder machst du es eben so in kleinen Einheiten? Nee, ich glaube, also ich habe den Fehler schon ziemlich oft begangen, dass ich kurzfristig gedacht habe und ich habe mich selbst überbewertet, kurzfristig gesehen. Ich habe mir zu viel zugetraut, dass ich in einer Woche das alles schaffe, ja. Und dann war ich, ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel mit meinem allerersten Kurs, da habe ich gedacht, den packe ich in einer Woche, den erstelle ich und das wird ein geiler Kurs und alles perfekt und so weiter und so fort. Und ein Jahr später habe ich drauf gesehen und es hat sich herausgestellt, dass der Kurs noch nicht fertig war, nicht mal das erste Video war fertig, weil ich habe nach der ersten Woche aufgrund dessen, weil ich enttäuscht war von meiner Leistung, habe ich das nicht fortgesetzt, aber ein Jahr später habe ich noch immer daran gedacht. Das heißt, das hat mich auf Tagesbasis wirklich verfolgt. Was ich aber deutlich unterschätzt habe, war die Langfristigkeit. Das heißt, hätte ich mir das in Zwischenzielen aufgeteilt, in kleine Häppchen, wo ich wirklich jeden Tag eine halbe Stunde dran gearbeitet hätte oder eine Stunde, wäre das Ding nach zwei Wochen fertig gewesen. Das heißt, ich hätte einfach nur ein bisschen besser planen müssen, realistischer planen müssen und das ist grundsätzlich in allem. Also wenn man sagt, hey, ich lese jetzt 50 Bücher im Jahr, dann zwingt man sich so ein bisschen jede Woche ein Buch zu lesen und da gibt es zwar so kleine Bücher, die schafft man in einer Woche locker, aber es gibt auch so dicke Bücher, wie zum Beispiel, hier ist das nochmal, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Und das liest man vielleicht nicht so in einer Woche und dann ist man enttäuscht und hört auf, weil man seinen Rhythmus nicht einhalten hätte können. Aber wenn ich sage 25 Seiten am Tag, geht sich das ziemlich locker aus und ich kann entsprechend auch das Wissen verarbeiten. Vielleicht bevor wir jetzt dann zu den Kursen kommen, ich hätte gern von dir noch ein, zwei so schnell Hacks für die Leute, ja, die immer noch vielleicht zweifeln, ob sich das Ganze mit dem Hexaton auszahlt, ob der Manuel wirklich ein Facebook-Experte ist, ja. Und ich habe mal vorher einige Sachen aufgeschrieben, also vielleicht magst du da mal kurz was raushauen, deswegen an Uhrzeiten mit dem Facebook schalten zum Beispiel, ja. Aber kurz vorher auch von mir etwas, ich habe ja zum Beispiel, als ich mit dem Online-Business angefangen habe, wie auch bei dir, man arbeitet einfach, also ich habe keine Ahnung, 12, 16 Stunden am Tag wirklich gearbeitet. Okay, 16 nicht, das ist mir übertrieben, aber 10, 12 Stunden, das war also jeden Tag normal, ja. Und das Gute ist, oder das Blöde in dem Fall ist, eineinhalb Jahre später habe ich zurückgeblickt und ich hatte 30 Kilo mehr. Und ich habe gedacht, scheiße, wo kommen die auf einmal her, ja. Ich habe mich echt in der Zeit nicht abgewogen, da war ich einmal im Urlaub, ich habe mich auf die Waage gestellt und man sagt, Fuck, hey, bist du fett geworden, da muss man ehrlich sein, ja. Ich war einfach fett. Ich habe mir gestern ein Video angesehen, was ich vor drei Jahren mit dem Marco Hema gemacht habe. Und man sagt, boah, Wahnsinn. So, und wie habe ich denn 30 Kilo abgenommen? Genau das. Ich habe gesagt, so, Dejan, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, du sagen, hey, ich will 30 Kilo abnehmen innerhalb von zwei Monaten. Und das machen die meisten, egal ob Business, ob Mindset, egal was für ein, wirklich, egal was du im Leben erreichen willst. Die setzen sich so kurzfristige Ziele. Und dann, es geht nicht immer alles in dem Tempo, was du dir vorstellst. Wenn du sagst, ich will in zwei Monaten 30 Kilo abnehmen, ja. Und dann, ein Monat später hast du vielleicht nur 5 Kilo abgenommen. Da geben die meisten ab. Die sagen, scheiße, 5 Kilo nur, ja. Und ich habe gesagt, hey, nein, mein Ziel ist irgendwie, zwei, drei Kilo pro Monat abzunehmen. Und siehe da, zehn Monate später waren auf einmal die 30 Kilo weg, ja. Also egal was, deswegen auch da nochmal, sie ziehen in kleinen Einheiten, langfristig denken. Weil egal, ob du auch dein Online-Business aufbauen willst, ob du Neukundengewinne willst. Hey, du hast jetzt 20 Jahre nichts gemacht. Wieso muss das morgen sofort der Fall sein? Wieso musst du morgen sofort 5.000 Euro verdienen? Dann kannst du sagen, ja, ich will 5.000 Euro verdienen, ich gebe mir drei Jahre dafür. Und dann ist es um einiges simpler als diese hohen Ziele. Und dann sagst du, boah, geht nicht und dann geht man auf, ne? Ja, oft sind dann die Ziele, die man sich längerfristig stellt, funktionieren dann in kürzerer Zeit, als wie man glaubt, dass man es schafft, wenn man es kurzfristig denkt. Ja. Ist dann tatsächlich echt so. So, gut, das war jetzt genug mal zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, dass es den ein oder anderen dennoch hilft, ja. Wie gesagt, hau mal ein, zwei Hacks raus und dann kannst du vielleicht abschließend ein paar Worte zu deinem neuen Kurs sagen, den ich bereits kenne und wirklich sehr, sehr gut empfinde. Also echt wieder tolle Arbeit, aber das ist mir von dir eh gewohnt. Hau mal vielleicht was raus und erzähl mal. Und dann, also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen. Also wir reden ja auch stundenlang, ja. Aber dass wir dann auch zum Ende kommen, ja. Okay. Also ein Tipp, jetzt was ganz speziell Facebook-Anzeigen angeht, gibt so ein bisschen den Mythos bezüglich der Uhrzeit, wann man die Werbung am besten schaltet. Und es ist natürlich ein bisschen branchenabhängig, aber es gibt schon eine Art universelle Zeit, wo die meisten Leute online sind. Und das ist meistens zwischen 17 Uhr und 21, 22 Uhr. Es ist nämlich, die Performance der Anzeige ist ganz stark abhängig von den ersten paar Minuten, sobald die Anzeige live geht. Ja. Wenn die Anzeige jetzt um 17 Uhr live geht und bis 17.30 Uhr hat die schon irgendwie zwei, drei Likes, was bei Anzeigen nicht wirklich so oft der Fall ist, dann heißt das, die Anzeige wird gut angenommen und der Algorithmus gibt ihr auch entsprechenden Vorsprung beziehungsweise einen Vorteil gegenüber anderen Anzeigen, die eben nicht so gut performen. Das heißt, man sollte hier die Uhrzeit wirklich beachten. Änderungen hingegen habe ich auch getestet, wann Änderungen durchzuführen sind, wenn man jetzt mit der Anzeige nicht wirklich zufrieden ist. Und die ist eher um Mitternacht. Warum das um Mitternacht ist, keine Ahnung. Ich kann das nicht erklären. Ich habe es getestet und ich habe auch getestet, wann der Start der Anzeige eben der beste ist und habe das eben auch im Drei-Stunden-Rhythmus getestet. Und immer wieder kommt man auf das Ergebnis 17, 18 Uhr, dass das einfach die beste Zeit ist, um eine Facebook-Anzeige zu starten. Super. Ich bin gespannt. Wir haben ja gestern, wir haben jetzt angefangen Hexaton zu bewerben und ich habe mich gestern gefreut, er hat mich hingelegt und da habe ich nach Mitternacht auf einmal die Meldungen bekommen von Facebook, okay, die Anzeige wurde genehmigt. Also wir haben gestern wirklich gewartet, um jetzt nach 12 Uhr vorzuschalten. Interessanterweise muss ich schon sagen, ich habe die Freunde gemäßig gezeigt. Ich glaube, CTR-Rate war irgendwo bei 8%. Wir waren jetzt teilweise bei fast 10%, was eigentlich mega geil ist. Also man sieht auch, wenn eine Anzeige gut ist, oder keine Ahnung, wie das Thema gut ist, dann ist es wahrscheinlich sogar egal, welche Uhrzeit das ist. Dennoch haben wir, ich bin echt gespannt, weil eben der Kollege macht jetzt gerade die Anzeigen und da bin ich gespannt, wie wirkt sich das so aus, wenn wir jetzt die haben, die man heute um Mitternacht geschackert hat oder die, die man jetzt um 5, 6 Uhr, ob es da Unterschiede gibt. Vor allem, was du ja gesagt hast, was Likes angeht, vielleicht Shares. Übrigens, ganz wichtiger Tipp noch, wenn man für gewöhnlich mit seinem Account 20 Euro Tagesbudget hat und von heute auf morgen entscheidet, dass man jetzt auf 200 Euro geht, dann muss man da noch bedenken, dass die Zeit, bis die Anzeige freigeschalten wird, 3 bis 4 Stunden dauert, vielleicht nochmal länger. Aufgrund dessen, weil das Budget auf einmal höher ist, wird die nochmal manuell überprüft von Facebook. Das ist jetzt was Neues, was die eingeführt haben, wissen auch die meisten nicht. Aber da kriegt man auch eine schöne Warnung von Facebook, so in der Art, dein Budget ist höher als wie gewöhnlich, bist du dir sicher, dass du alles richtig eingestellt hast und so weiter und so fort. Wenn man dem einfach das Okay gibt, wartet man teilweise auch wirklich lang. Das muss man auch einem berechnen. Sehr cool. Also ihr seht, man lernt nie dazu und es ist auch nicht im Stein gemeißelt. Wahrscheinlich ist es so, wenn wir das nächste Mal, ich sehe einen Mann in ein paar Wochen, wenn wir wahrscheinlich wieder ein Interview machen, kann sein, dass sich irgendwas wieder über Facebook ändert. Also da muss man auch damit leben, dass es einfach so ist. Was mich aber interessieren würde, oder das erklärt dann für mich, es gibt ja ab und zu, man sagt ja, gewisse Sachen, kann man nicht bewerben oder geht schlechter und so, aber dennoch gibt es teilweise wirklich so Bullshit-Anzeigen, wo ich denke, Alter, wie wurde die genehmigt? Das heißt, die Erklärung wäre in dem Fall, dass wenn jemand ein 5-Euro-Budget pro Tag hat, dass da noch teilweise irgendwelche Glücksspiele und irgendwelche, du kennst jetzt eh diese ganzen, wo man eh schon nach Scam schreit, also nach Betrug und so, aber dann werden die nicht manuell überprüft, oder diese Anzeigen? Naja, es gibt Anzeigen, die werden halt, ich kenne den Algorithmus nicht genau, kennt glaube ich keiner wirklich so genau, wie das ausgewertet wird, ob jetzt eine Anzeige manuell überprüft wird oder automatisch. Man kann das ein bisschen nachprüfen, wenn man nämlich die Anzeige erstellt und auf Analytics überprüft, ob da jetzt ein Besucher aus San Francisco ist oder aus Hamburg, merkt man, ob die jetzt manuell überprüft wird oder nicht. Aber woran das liegt, ich schätze mal, es sind bestimmte Begriffe, wie zum Beispiel, ich habe mal den Begriff Stress verwendet, weil es eine Firma gegeben hat mit Resilienz für Stress eben und die wurde eben nicht genehmigt, weil die diskriminierend war und die wurde halt manuell überprüft. Und bei einer erneuten Absendung hatten wir das Wort Stress wieder drin, die wurde dann aber genehmigt und die wurde halt automatisch genehmigt. Also, aber was das Thema angeht, dass die Anzeigen eben nach Spam aussehen oder ähnlichem, da gibt es auch eine sehr interessante Erkenntnis, die ich in letzter Zeit gewonnen habe. Ich war der Typ, der, und du kennst das, der gern super aggressive Anzeigen gemacht hat, das heißt, Emoticons, Pfeile, alles drum und dran, damit die Anzeige richtig boomt. Funktioniert zwar gut und es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn es eben von der Zielgruppe her passt. Allerdings, und damit habe ich eben circa 30 bis 35 Optim-Conversion auf der Landeseite erzielt. Jetzt habe ich eine Anzeige, die performt zwischen 45 und 55 Prozent und die ist überhaupt nicht aggressiv. Und ich habe teilweise von Marketern das Feedback bekommen, Emanuel, was machst du? Die ist doch viel zu lasch, die Anzeige. Die taucht, da passiert ja nichts. Aber Fakt ist, die ist von der Erwartungshaltung und von der Psychologie ein bisschen anders, führt aber zu besseren Ergebnissen. Das heißt, ich weiß schon, was ich heute tun werde, ich werde mal deine Anzeige etwas besser analysieren, spionieren, was du so treibst. Weil, ich habe ja schon gesagt, wenn ich mich einmal einlogge auf Facebook, es gibt immer ein paar Gesichter, die ich da und sehe. Das bist du, Jeremy Fai von Mehrgeschäft, Alex Riedl und unsere eigenen. Aber gut, das ist wahrscheinlich, weil ich auch jemanden irgendwie draufklicke. Aber da auch dieselbe Werbung. Also die Anzeige, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesehen habe. Was eigentlich hier komisch ist, eigentlich müssen die doch irgendwie die abschalten. Oder wenn die es sehen, wenn natürlich nicht drauf, ich will leider keine Kosten verursachen. Ich habe das bei mir zum Beispiel so eingestellt, wenn jemand jetzt diese Anzeige schon mal geklickt hat, dann soll er sie nicht mehr sehen. Aber es kann sein, dass du bei mir in mehreren Zielgruppen bist. Und aufgrund dessen, weil ich jede Zielgruppe als eigene Anzeigengruppe habe, kann es sein, dass du ein und dieselbe siebenmal siehst. Und jedes Mal, wenn du sie klickst, wird sie ausgeschalten, wird auf einer anderen Zielgruppe nochmal gezeigt. Also sehr interessant, das kann sich überschneiden, ja. Was mich noch interessieren würde, wirklich abschließende Frage, aber ich sage, es kommen immer hundertdosen Sachen, wenn man so von einem Thema zum anderen springt, ist erstens einmal, welches Budget würde ein normaler Unternehmer brauchen? Also ich rede jetzt wirklich von lokalen Unternehmen, egal ob Finanzminister, vom Friseur, Fitnesscenter. Was glaubst du, was ist ein Budget, wo man wirklich was bewirken kann? Und auch gerade für dich, was ist etwas, ich weiß nicht, ich muss es nicht natürlich genau verraten, aber mit welchen Budgets arbeitest du für dich in erster Linie, damit du Ergebnisse produzierst letztendlich? Ja, ich kann es ganz klar sagen, mit welchem Budget ich arbeite. Früher habe ich gerne mit 5 bis 10 Euro gestartet, auch wenn ich mehrere tausend Euro Budget hatte, damit ich sehe, ob die Anzeige überhaupt performt. Wenn sie mit 5 oder 10 Euro nicht performt, damals performt sie auch mit 100 Euro nicht. Mittlerweile habe ich das gesteigert, weil ich einfach gesehen habe, die Klickpreise auf Facebook sind im Laufe der Zeit auch teurer geworden, muss man auch ganz klar sagen. Früher hatte man Klickpreise von 20, 25 Cent, jetzt sind sie mittlerweile in meiner Branche ein bisschen was über einem Euro. Und deshalb starte ich jetzt mit 20 bis 30 Euro am Anfang, Tagesbudget. und da achte ich eben, dass entsprechend, je nachdem, was ich gerade bewerbe, wenn es jetzt zum Beispiel eine Checkliste ist, wenn ich mit 20 Euro oder 30 Euro eben 10 bis 20 Leads am Tag generiere, bin ich glücklich damit und dann skaliere ich meistens auf 50 und dann im nächsten Schritt auf 100 Euro am Tag. Und wenn es da eben dann noch weitergeht, Ich habe auch Kunden, bei denen wir 2.500 Euro am Tag ausgegeben haben und das über mehrere Wochen. Also je nachdem, wie groß der Markt ist, man muss halt auch schauen, dass man das Budget auch so weit managt, dass man die Zielgruppe nicht 10 Mal dieselbe Anzeige sehen lässt. Das heißt, wenn man sie 2, 3 Mal durchgespielt hat, kann man sie ruhig deaktivieren. Okay. Und normale Unternehmer, was sollten die für ein Budget einplanen? Ich würde auch bei anderen Unternehmern grundsätzlich in den meisten Branchen 20 bis 30 Euro empfehlen. Es gibt, wenn man jetzt in einer super targetierten Nische ist, würde ich fast mit 10 bis 20 Euro arbeiten, nicht mit 20 bis 30. Gut, aber ihr seht schon, also man kann in dem Fall wirklich mit wenig Budget, ich meine, schon 10 Euro am Tag sind 300, 500, 600 Euro im Monat, kann man echt viel bewirken. Und ich sage immer, mir fahr jetzt spontan, außer jetzt, keine Ahnung, wie Pornbereich oder irgendein Blödsinn, aber keine Branche ein, die man nicht versuchen sollte auf Facebook zu werben. Also egal, ob du wirklich Immobilienmakler bist, Steuerberater, irgendwas im Fitness, im Finanzmarkt, egal was. Ja, also man kann da wirklich, ja. Also ich hatte einen Fall, die haben Zehenpflegeprodukte verkauft und das hat auch funktioniert. Und der, du kennst auch einen Fall, den hatten wir ja gemeinsam besprochen, Pferdebauchoperationen, also Versicherungen für Pferdebauchoperationen. Also da lernt man auch alles Mögliche kennen. Für alles gibt es eine Zielgruppe letztendlich. Und sie muss, also das Geheimnis ist, dass man herausfindet, wie groß ist die Zielgruppe auf Facebook, mit welchem Budget kann ich rangehen und welche Message muss ich ihnen zeigen, damit sie reagieren. Und da sind wir eben im Abschluss. Und das kann man natürlich am besten, ja, in deinem Kurs lernen, vielleicht wirklich ein paar kurze Worte dazu, was zeigst du den Leuten, wie viel, es ist immer auch die Frage, ja, wie viel Zeit muss ich investieren, bis ich Facebook kann, Budget, wissen wir jetzt, wie viel Zeit und wie lange dauert es, bis ich je gewisse produziere. Also ich sage es euch echt, ich fand es heute so geil, wir haben eben zu Mitternacht diese Anzeigen gestartet, ich bin aufgewacht und wir hatten die ersten Sales. Es gibt nichts schöneres, du wachst drauf, du hast die ersten Verkäufe, also es geht sofort. Wenn die Anzeige gut ist und die Zielgruppe passt, kannst du sofort Ergebnisse produzieren. Wie lange braucht jemand Zeit, um das zu lernen und wie lange geht der Kurs und was zeigst du da in den Tagen? Also der Kurs, den ich ja jetzt neulich produziert habe, das ist, der heißt Facebook-Labor und dieser Kurs ist im Grunde so aufgebaut, also ich habe früher schon einige Kurse und die waren immer spezifisch für ein bestimmtes Thema. Das heißt, ich habe gezeigt, wie man Facebook-Werbung schaltet, aber ich habe jetzt nicht gezeigt, was dahinter steckt, was für ein System dahinter steckt, damit dieses System eben Besucher in zahlende Kunden konvertiert. Jetzt habe ich eine andere Idee umgesetzt, nämlich ich habe einen ganzen Funnel in dieses Produkt gepackt. Das heißt, ich zeige in dem Produkt erstens, wie man Facebook-Werbung schaltet, damit man Besucher auf die Seite bekommt, zweitens, was muss man denen bieten und wie funktionieren die Prozesse, damit diese Besucher zu Interessenten werden, von denen man die E-Mail-Adresse hat und wie verkauft man diesen Personen dann auch also sein Produkt. Hauptsächlich wird das über Video gemacht, aber keine Sorge, ich zeige auch eine genaue Outline, was man in diesen Videos sagen muss, eins zu eins, damit das eben entsprechend verkauft wird und wie man solche Videos erstellt, ohne selbst vor der Kamera zu sein. Das heißt, alles drum und dran. Auch das Bauen von Landingpages und so weiter und so fort und das alles innerhalb von 28 Tagen. Das heißt, auch der Langsamste von den Teilnehmern schafft es, innerhalb von 28 Tagen so ein System zu haben, was für sie automatisiert Besucher in zahlende Kunden konvertiert. Sehr cool. Und natürlich kann man es auch schneller machen, wenn man ein bisschen flotter ist und vielleicht ein paar Basics schon. Ja, ja, also meistens geht sich das in ein bis zwei Wochen aus, also einen ganzen Funnel bauen. Man muss ja denken, das ist ein richtig großes System. Andere haben schon ein Funnel und möchten das vielleicht nur optimieren. Aber ja, diesen Kurs gibt es hier jetzt in dem Fall noch nicht wirklich so offen zu kaufen. Das heißt, ich gebe vorher etwas her und das ist ein Facebook-Aktionsplan. Bevor es wirklich tief in die Materie geht, will ich erstmal, dass meine Zielgruppe versteht, was muss denn tatsächlich gemacht werden, damit man dann auch entsprechend aufbereitet ist für das Wie. Und diesen Aktionsplan kann man finden unter edmarketing.at slash facebook-aktionsplan. Diesen Aktionsplan kann man sich kostenlos herunterladen. Danach geht es ganz klar, gibt es auch ein Produkt zum Kaufen, aber nach dem Aktionsplan gibt es noch eine Menge Content, also unbedingt reinschauen. Vielen, vielen Dank. Ich durfte heute wieder einiges lernen. Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Ich hoffe, dass du wirklich den Content geil fandst und vor allem, dass du anfängst mit Facebook-Anzeigen auch zu arbeiten. Es gibt nichts Schöneres. Du gehst in den Urlaub zwei Wochen, kommst zurück, hast mehr Leads, mehr Umsatz, als du Geld ausgegeben hast. Also der Traum eigentlich jedes Unternehmers. Und natürlich geht es nicht in der Branche, aber es ist dennoch so, wenn du eben wirklich mit Facebook arbeitest. Wieso? Weil echt, du bist zwei Wochen, liegst irgendwo herum am Strand, liest ein geiles Buch, aber du machst ja permanent Werbung für dich. Und wenn du jetzt eben mit Automatisierungssystemen arbeitest, kannst du ja dann, wenn du zurückkommst, dann müssten ja viele erst wieder anfangen, Kunden zu generieren und Gespräche zu machen. Du hast ein Kundenpotenzial und reißt auf das zu. Also ich hoffe, du hast es verstanden, dass man da wirklich nicht drum herum kommt. Ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, weil ich auch dachte immer, es ist Spielerei. Jetzt denke ich mal, scheiße, wieso haben wir nicht früher angefangen? Und auch jetzt zum Beispiel ist es, wieso wir jetzt einen Partner haben, der macht nur das. Und ich habe wieder gesehen, wenn du nur den ganzen Tag Facebook machst, ist natürlich auch klar, da hast du ganz andere Ergebnisse auf jeden Fall einmal. Also, wenn du nicht selber lernen willst, geht es um Emanuel oder wenn er keine Zeit hat, weil er gerade so viele Kunden betreut, er hat sich Empfehlungen für dich. Ansonsten, ich freue mich lieber, Emanuel, dich am 24. und 25. bei uns zu begrüßen, beim Hexathon. Da haust du ja wirklich mega geile Hex heraus. Deswegen anmelden. Link findest du dann unter diesem Video. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, liebe Manu, für deine Zeit. Ja, und dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.